Musik Herzlich Willkommen bei Familie Geisler Kommt rein! Hallo, ich bin Melanie, ich bin 38 Jahre alt. Wenn ich mich nicht um die Familie kümmere oder gerade arbeiten gehe, dann bastel ich sehr gerne. Ich bin Steffen Geisler, 40 Jahre alt. Ich mache eine Umschulung zur Fachkraftlagerung Logistik. In der Zeit, die mir noch übrig bleibt, kümmere ich mich um zweifelige Wohl und spiele sehr viel und sehr gerne mit den Kindern. Ich bin Sophie Geisler, bin 18 Jahre alt. Das ist mein kleiner Bruder Milo und ist anderthalb Jahre alt. Ich mache meinen FSJ-Kindergarten und abends habe ich meine Freizeit mit meiner besten Freundin und mit meinem Freund. Ich heiße Emily, bin 11 Jahre alt und spiele Fußball beim TUS Unterlös. Ich bin Dario, bin 10 Jahre alt, spiele auch im Verein TUS Unterlös und mag den Verein FC Bayern. Hallo, ich heiße Biomalung Geisler, gehe in die Grundschule Unterlös, bin 8 Jahre alt und spiele gerne Playmobil und Fußball. Hallo, ich bin Biona, bin 7 Jahre alt, spiele gerne Playmobil, spiele Puppen in der Freizeit, spiele ich mit meinen Freunden und spiele gerne mit meinen Geschwistern. Schön, dass ihr da seid!